Hallo, ich bin der Christoph. Ich bin quasi der Sportminister vom Rostfest. Also ich bin immer seit Anfang an dabei und habe mich immer um die Freizeitbeschäftigungen quasi gekümmert, um die körperlich Aktivierenden, sprich Fußballspielen, Hochseilaction, Radlrennen. Das sind meine ganzen Aufgaben gewesen. Und wir machen jetzt heuer das dritte Mal den Rostcup aka Käfigkerl. Freitag ist generell der Sporttag. Hier der Käfigkick. Das Altparkkriterium findet im Forum statt. Das ist ein Radlrennen, ein Indoorradrennen und auf der Schanzen, auf der alten Skisprungschanze, ist heute ein Zipfelbockrennen. Kleine Blessuren, ein paar Schürfunden, so, dass ein bisserl weh tut es immer. Sonst macht es auch keinen Spaß. Eben. Wir haben uns gedacht, wir mischen den Rock'n'Roll Film mit einem anderen Genre Film, mit einem Hotel Film. Und dann macht es auch einen schönen Tag. Tabak und Rum braucht ein Cowboy Tabak und Rum die liebt er sehr nur einen Kuss seiner Jenny ein paar Applaus für Donnie Seidert und Joshua Lammel die 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 sie